PEGI 18 Wir leben in einer gottverdammt großartigen Zeit, dem Zeitalter der Erfindungen. So viele kluge Kerle erschaffen die unmöglichsten Maschinen und scheffeln dabei mehr Gold als Queen Victoria persönlich. Doch nicht mal ein einziger Schilling davon landet in den Taschen der armen Teufel, mit deren Blut dieses glorreiche Imperium errichtet wird. Die Arbeiterklasse Schlaf wandelt durch ihr Leben, spürt kaum die Maschinerie, die sie ankettet. Und? Sollen wir sie wecken, Leute? Die Arbeiterklasse Schlaf Die Arbeiterklasse Schlaf Die Arbeiterkrieg Die Arbeiterklasse Schlaf Die Arbeiterklasse Schlaf